so herzlich willkommen da sind wir zurück im schneegestöber bei skyrim und wir sind fast da denke ich mal wie war es beim letzten mal ja stimmt wir hatten es ja nicht mehr weit das ist quasi da vorne wir müssen hier einmal um diese bergecke rum ich frage mich was sind denn eigentlich die nacht schwärmer wahrscheinlich irgendwie die diebesgilde irgendwie sowas in ehrlich gesagt könntest du da wirklich damit recht haben wäre jetzt meine vermute habe ich noch meine sachen da stand da irgendwie wurde entfernt oder so ne was wenn du wenn die irgendwas geklaut hätten oder die doch gut aus ja wahrscheinlich waren es wirklich irgendwelche freundlichen betrunken die mit dir die med teilen wollten ich bin da mittlerweile in spielen wie oblivion immer etwas skeptisch aber wo ein werkzieger aber die musik dass mich gerade schon gegen das mikrofon gekommen ja ganz ehrlich erklärt mich für verrückt aber ich muss sagen dass ich weg ist der schnee wieder an wenn ich hinten hingehe er hat aufgehört ist dies wohnt ich muss aber gestehen dass ich manchmal spiele wie skyrim oder oblivion doch also ich finde die haben auch ihren gruselfaktor je nachdem durch welche höhlen du gehst oder die musik ich meine im grunde finde ich wird das musik etwas ja am meisten oder am meisten oder dazu beiträgt dass man sich bruselt und aber ich lasse mich von denen jetzt ein bisschen angreifen ich möchte nämlich dass ich meinen rüstwert verbessert ja hallo hat ja geklappt wir haben nicht viel abschneiden wir nicht viel abschneiden aber ich mach den einen guck ach wir haben vergessen die controller auszuwechseln wir haben doch wieder in den eiseln ach das ist egal das geht jetzt genau und ähm ja aber ich finde musik schrägt ja am meisten dazu bei ob etwas jetzt zum beispiel gruselig ist oder nicht und beim oblivion oder skyrim je nachdem durch welche höhlen man dann tatsächlich durch geht ähm finde ich schon dass es durchaus gruseligen effekt haben kann jetzt nicht so wie ein horrorspiel natürlich aber so ein bisschen ja es baut auf jeden fall die spannung auf und bringt so ein bisschen beklemmen mit sich es soll ja auch so gemacht sein viele spieleentwickler arbeiten wirklich effektiv mit gedanken an der musik warum also eines der besten spiele die in zukunft als horrorgame rauskommen werden also die ich so als indie horrorgame wirklich als gut empfinde weil sich die entwickler echt viel mühe damit gemacht haben wegen der musik und so zu planen wird dieses ähm horrorgame sein was in der berliner u-bahn spielt ah ja daran habe ich auch gerade gedacht 44 oder sowas genau das als du es gesagt hast muss ich auch daran denken ich dachte schon das sagt er jetzt bestimmt das erwähnt er jetzt bestimmt weil die die soundentwickler was ist das denn oh schön die soundentwickler haben wirklich daran gedacht in den sounds pulsierende untertöne die man so nicht wahrnimmt mit einzubringen um dieses beklemmen in sich hervorzubringen das nimmt man bewusst auch gar nicht wahr das ist halt unser unterbewusstsein was uns dann gefahr vermittelt und je nachdem sogar in diesem spiel wird es so sein je nachdem wie stark man angeschlagen ist wird das immer heftiger und heftiger und wie schwer die psyche ist guckt euch einfach mal um ich glaube u55 oder so ist das coolen schmetterling im glas und ist auf jeden fall eins der spiele dass ich mir besorgen werde sobald rauskommen ist halt schon auf kickstarter soweit durch und der release hat sich halt ein bisschen verzögert werden wir auch den nächsten wieder updates und gucken wie es ausschaut vielleicht könnte man sogar die spieleentwickler zu einem preview überreden mal schauen ja das wäre wirklich toll ich muss sagen ich bin ja ich bin ja was das angeht wirklich eine totale muschi ich grusel nämlich mega schnell ich habe auch mega schnell angst und ich weiß nicht ob ich es schaffen werde das zu spielen wirklich also ganz durchzuspielen ich weiß aber dass das auf jeden fall daniel spielen und dann ist auch wieder die facecam dabei und ich weiß dass das spiel echt hart wird der trailer alleine schon also ersthaft da ich mir gedacht oh scheiße wo sind wir jetzt eigentlich nutze das mal eben wenn es schon hier steht wollten wir nicht die sachen eigentlich immer auf screen irgendwie benutzen nicht nur ich möchte es nicht nur auf screen machen weil ich denke dass es halt auch trotzdem aber egal ja ich mache jetzt mal weil ich weiß ich möchte im internet ein bisschen es ist nicht gecheater ich möchte einfach nur so ein bisschen was nachlesen was was bringt damit ich einfach nicht so viel verschwende an ihr sind wir dauerhaft am sammeln deswegen und das ist dadurch das ist ja sowieso schon so ein ja ein bisschen weiter nach osten game ist möchte ich halt nicht die zeit verschwenden aber ich möchte halt nicht nur das ganze auf screen machen weil es die bestimmtheit auch interessiert denke ich je nachdem was für die sind so schön ja bestimmt auch interessantes was wir für tränke zusammen bekommen und guck mal hier voll die ikea versammlung die wir sind in schweden wir sind in bachse bücke lasst uns könnte ausreden die machen ja du bist super nord nach nur noch nach norden wir müssen das ja irgendwie auf die bergkette drauf weil es hieß ja die waren irgendwie in den bergen weißt du wirst wohl irgendwas beobachtet ja putzeln er hat sich hinter das geschlichen ach ne ist ein zweiter ach die kommen doch immer ein rudeln sind doch welche voll die rudel voll die rudel der andere ist verbrannt weißt du nicht weggerollt ist noch nicht so du musst trotzdem wahrscheinlich aber stimmt sobald hier dieses ding da weg ist es ist dieser strich und es ist ein auge ist etwas in der nähe wenn du dich weiter in die richtung begibst du gibst du dich zu weit land einwärts du musst nach norden in den bergen ich möchte trotzdem kurz gucken was hier ist eine bank eine bank ich mache mir übrigens nicht die mühe und schneide die ganze speicherein raus das ist halt so sorry akzeptiert es ja warte was haben wir denn da helgen geht da lang da wird es mal da kommen wir ja hier ist jetzt echt das ganze gebiet noch erkunden nein ich gehe doch schon die richtung nee doch nein du gehst genau in die entgegensetzte richtung okay ich muss nach norden nach ivastadt und du gehst gerade in richtung süden aber warum ist dann hier dann dieses ding da ist nein das ist nicht der fall das ist ein haus da ist unser ding leicht desorientiert mitten im wald auch ein tomtom du bist ein linke seite quatsch ein fuchs aber der greift sich an oder sauer aus aber da geht jetzt glaube ich ich wurde hier noch nie von einem fuchs angegriffen ich muss aber sagen auch wenn ich sehr oft halt was konsolenspiel angeht ich spiele ja meistens so daniel sitzt daneben aber ganz ehrlich daniel ist immer so der kopf brain brain denn was rätsel und orientierung in der ganze scheiß eingeben ja mega schlecht weil wir in folge neun war das glaube ich die lange so mega verkackt haben meine rätsel mit den eulen und den bären und wo ja das falls ihr das nicht gesehen habt und ihr lust habt eine runde zu lachen dann okay wir sind wirklich da ja wir sind da egal jetzt haben wir mit dem blöden geschwafel auf jetzt geht es weiter da läuft schon irgendwo rum wie war steht juhu hallo was könnte das zu bedeuten haben die rückkehr des drachenblutes mir ist das letzten endes so dass wir im englischen version so dragonborn wären ja okay also die übersetzung ist einfach drachenblut drachen geboren ja richtig von drachen geborenen drachenblut passt ich soll jetzt mit das kurz erklären dragonborn ist wirklich dasselbe wie drachenblut weil es heißt ja im grunde im zeichen oder im blut des drachen geborenen deswegen born und blut also drachenblut heißt ja man hat eine eine drachen abstammung und ist halt auch im ne also deswegen macht das schon sinn denke ich königliches blut und so was jetzt erinnere ich mich ihr seid doch das neue mitglied der gefährten und was macht ihr da so mit holen ja total umgefährten ja dann schauen wir uns doch mal um die haben uns nicht sicher gerufen da ist das gasthaus ja ich gehe mal ins gasthaus wir müssen mit irgendwie will mir maximus den engine trinken da bitteschön mach leer sieht sehr schön aus ich habe das ja in ww schon gemacht diesen nordischen style und hier ist ja auch wirklich sehr viel davon weil wir an eurer stelle würde ich mich vom hügelgrab im osten der stadt fernhalten da spukt es die graubärte sind ziemlicher eigenbrötler ich glaube nicht dass sie ihr kloster jemals verlassen haben ab und zu kommen pilger hier vorbei die unterwegs zum gipfel sind aber so gut wie alle kehren unverrichteter dinge wieder zurück ok da gibt es nicht viel mehr zu sagen dort spukt es also solltet ihr euch fernhalten hört die aufforderung von skyrim geht er hin als er mich anstarrte brannte sich sein blick durch meine seele ehrlich zum glück scheinen sie in der nähe des hügelgrabes zu bleiben ich glaube sie bewachen ist ist auf jeden fall nicht gut fürs geschäft wer will unweit eines verfluchten hügelgrabes schon zimmer mieten ja klingt gut dass wir glaubt etwas ausrichten dann nur zu feuerschleierhügel das klingt schön ich suche nach arbeit wisst ihr etwas zwei jahren ist die ein kerl namens windelius durchgereist er sagte er sei so eine art schatzjäger ich habe ihn davor gewarnt da rein zu gehen so wie ich euch warte in der darauf folgenden nacht hörten wir schreie aus dem hügelgrab und das war's wir haben ihn nie wieder gesehen ich habe von einem burschen in windhelm gehört aventus aretino es heißt er habe das schwarze sakrament durchgeführt um kontakt mit der dunklen bruderschaft aufzunehmen ich bin mir nicht sicher also da möchte ich jetzt wirklich ich weiß wir nerven euch bestimmt mit dem schreibt uns aber wir wollen halt wirklich gerne wir würden uns wünschen eine aktive community zu haben aber da appelliere ich jetzt wirklich an euch wollt ihr dass wir mit diesem charakter der schwarzen bruderschaft beitreten also es wird auf jeden fall heißen dass wir ziemlich viele meuchel aufträge bekommen und so sachen wie halt eine auftragsmorde und so sachen genau oder sollen wir das mit unserem kajiten machen der dann sowieso ein illegaler charakter wird der dieb wird und alles bitte bitte schreibt das in die kommentare schreibt es in die nachricht ist völlig egal aber lasst uns irgendwie wissen weil das interessiert uns wirklich selbst wenn es nur wir haben ja nicht viele zuschauer leider sie dürft uns auch gerne ein bisschen supporten werbung machen und aber selbst wenn einer selbst wenn du wenn du uns schreibst der gerade zuhört ist genau wieder du wie du von letztens genau genau weil dann hilft das weil es ist sonst so ja sonst machen wir das mit uns selber aus und drehen mit uns selber durch ein let's play deswegen hier verirren sich nicht also dann kommen wir mal was er über arbeit weiß seht euch das an ein paar männer des jahr sind vorbeigekommen und haben diesen beutebrief zurückgelassen heute brief hochhelm thal vanidenanführer wir müssen wir töten aber ich glaube das geht okay die grau wir sind ein virtueller pixel charakter mit hunger kartoffeln das zeug können wir alles selber brauchen wahrscheinlich wenn wir die genügend zutaten dafür finden so ist das ich werde jetzt auf jeden fall mal den mäd verkaufen hast kein lustig zu betrinken mit mäd ja und vor allen dingen weil der halt irgendwie mehr gewicht hat wenn ihr zum kloster hochsteigen ach mali mali ist heute wieder sehr anhänglich ich gucke mal eben kurz was in den fähigkeiten oder nee das mache ich jetzt nicht weil ich nachher offscreen mich würde mal miau interessieren ob es ich würde mal interessieren ab wann man solche zauber wirken kann wie dass man in der dunkelheit infrarot oder was auch immer sieht oder ja wie man halt leben erkennen das ist ein skill die viele aus oblivion noch kennen ja wie man wann wann und wie man das wirken kann und unter welchem attribut das steht wir müssen wohl wirklich in die berge über die brücke dahinten zu den graubärten würde ich mal meinen hier ist eine wassermühle cool es ist so stylisch gemacht mir gefällt das richtig gut wie das hier alles aufgebaut ist da felder juhu kohlköpfe ich frage mich was ein drachenblut anfängt wenn die grauwärte es erst einmal zu sich gerufen haben ja kohlklauen natürlich war das was ja oh cool das ist gut denn damit können wir hp-tränke machen hallo schön wenn wir da noch ein stück käse rumliegen ich finde es auch schön wie die meisten die meisten tiere einfach friedlich sind hallo so willst du den käse mitnehmen oder nicht äh wo war käse da liegt rechts 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 bei dem huhn geh weiter da unten oder was ist das den käse wow sehr gut daniel hat adleraugen hier zack ja da werden wir bestimmt angesprochen seid ihr wieder auf dem weg die 7000 stufen hinauf klimek seid ihr auf dem weg nach hochrotka ich bin dabei selbst etwas dorthin zu liefern hauptsächlich nahrungsvorräte wie stockfisch oder pökelfleisch also sachen die lange haltbar sind die graubärte kommen nicht oft raus wenn ihr versteht was ich meine es gibt eine art übereinkunft zwischen uns es wäre einfach nicht richtig für ein paar konservierte lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen das problem ist dass meine beine nicht mehr so kräftig sind wie früher und die 7000 stufen ihren tribut fordern ja aber wieder hin gehen es wäre nett von euch nehmt diesen beutel mit vorräten wenn ihr oben angekommen seid seht ihr die spendentruhe in die ihr den beutel einfach hineinlegt das war es schon sehr schön ich war schon oft im kloster hab mir aber die graubärte noch nie angesehen ich möchte es auch gar nicht als meister des tuern können sie jemanden mit einem einzigen wort töten nicht dass sie das vor hätten sie scheinen friedfertig aber ich würde sie nicht provozieren ja interessant es gibt manchmal wolfsrudel oder streuende tiere aber mit mir hatte ich noch nichts zu tun nicht so mit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte achte darauf nicht auszurutschen bei diesem wetter können die stufen gefährlich sein sehr freundlicher mann verzeiht aber ihr seht nicht besonders gut aus fühlt ihr euch nicht wohl ich fand es immer schon seltsam dass eine schicht dichter wolken den gipfel des berges über dem kloster bedeckt ich weiß nicht was dort oben ist aber ich wette die graubärte schon mein vater hat mich vor vielen jahren etwas wichtiges gelehrt er sagte gwillen vor euch liegt die ganze welt geht und seht euch um werdet das was ihr werden wollt also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich ihr mögt mein leben armselig finden aber ich bin zufrieden und kommt es nicht allein darauf an auf jeden fall und ich teile diese meinung vielleicht vielleicht überrede ich dann irgendwie dazu durch mein ganzes gespeichere zwei minuten länger zu machen jedes mal so wollen wir stufen zählen oh mein gott probier 1 2 3 4 5 6 7 8 probier doch nicht das mal lieber das ist ja schön schrifttafel lesen emblem 1 vor der geburt der menschen haben die drachen ganz mundus beherrscht ihr wort war die stimme und sie benutzten sie nur wenn es absolut notwendig war denn die stimme konnte den himmel verdunkeln und das land überfluten das haben wir gesehen als der drache aufgetaucht ist weil sie geköpft werden sollten der ganze himmel ist ja rot geworden ja ich denke immer noch oder ich habe das seltsame gefühl dass dieser drache uns auf irgendeine seltsame weise beschützt hat ja ich denke immer noch dass dieser wolf der jetzt gleich auf uns zu rennen wird einfach nur dumm ist ja da kommen gehen suchen ich brauche ihn gar nicht suchen brennen oh dui ich wollte es gleich ja das wird jetzt ein langer weg nach oben aber sehr cool gemacht ich finde das ja so ein kloster sollte wirklich oben auf dem berg sein passt also vom ambiente her wirklich super dazu das erinnert mich sehr an china ähm generell vor allen dingen an die ähm wudangpei heißen die glaube ich berge oder wudangberge einfach nur wenn das irgendjemand kennt ähm finde ich das sehr cool äh es ist eine sehr sehr schöne bergkette berglandschaft wo auch kloster oben in den bergen sind aber ich glaube das ist auch bei den keltischen druiden so gewesen dass die halt generell sehr weit oben in den bergen immer gelebt haben beten die hier? ja du kannst jetzt die zweite schrifttaste gleich lesen gut vorwärfen wenn ihr den Pfad nach Hochrotka empor steigt habt ihr die Graubärte Dovakin rufen hören was macht ihr denn da? ähm besucht ihr die Graubärte? was macht ihr denn da frage ich? ich bin gerne hier oben ich wandle auf den Stufen meditiere über die Symbole umso besser wenn ich unterwegs ein bisschen wild erlegen kann besucht ihr die Graubärte? das ist nicht die Art von Leuten die gerne Besuch empfängt aber ich klettere sowieso nie so hoch manche die die Reise auf sich nehmen lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da versuchen aber nicht sie in ein Gespräch zu vermitteln ja wir werden das machen müssen hm habt ihr die Graubärte Dovakin rufen hören? habe ich es klingt sehr befremdlich wenn die Mönche das tun ich frage mich was es bedeutet ja Emblem 2 die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus die Drachen herrschten über die griechenden Massen damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme Mundus ist das die Welt generell hier oder? ich bin mir nicht sicher ehrlich gesagt aber ich finde das sehr interessant weil wir offensichtlich ähm also die Länder sind ja generell sowas wie halt ähm ne ja die Bereiche in denen du halt die ganze Zeit spielst so wie in Skyrim hier in Oblivion in dem anderen Bereich natürlich das ist ja eine Welt es ist ja die quasi ja und wie die Welt heißt könnte man oh Hallo Wolf Mundus sein ne 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 oder weiß ich nicht Eiswolf oh 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 der ist stärker haha hat er festgestellt uh dann esse ich jetzt mal zwei Städt gesundheitspunkte her ja ist schon nicht viel aber sollten wir auch mal wirklich verbrauchende Zeug ne das kennt ihr in so einem Wolf Kampf erstmal gemütlich hin setzen und sein Brotmampfen ne und so macht man das ja nicht wow wow oh dein Leben ich krieg das schon hin keine Sorge kann man die Zaubertränke eigentlich auch auf irgendwelche Schnelltasten legen ja aber das macht keinen Sinn finde ich ja man muss nur aufpassen ich glaube ab irgendwann kannst du keine Tränke mehr zu dir nehmen für eine bestimmte Zeit oh ok und naja du hast ja ein Heilskill noch und und eben drum oh oh aber ist schon hart gewesen der Wolf ach es ging war halt Oblivion ein bisschen anspruchsvoller ja mal gucken generell sollten wir eigentlich mit der Dienerin wahrscheinlich hier sein aber ist ja auch egal umso einfacher wird es später sein wir leveln uns jetzt wie gesagt ich bin auch der Meinung dass man mit der Dienerin auch einfach nicht so gut levelt und ähm ich möchte halt einfach wirklich meinen Charakter also unseren Charakter die Frage ist äh hat die Dienerin mitgelevelt? hätte sie mitgelevelt? normalerweise äh weiß ich nicht und ähm wie gesagt aber ich finde man kann es einfach nutzen und ein bisschen als Herausforderung sehen denn dadurch dass es die Hauptquest ist dürfte es eigentlich nicht Moment du gehst vom Weg ab ich will gucken ob da was ist dürfte es eigentlich nicht ähm so schwer sein dass man das auch nicht auch nicht auch ohne die Dienerin schaffen kann auch wenn es schwerer ist aber ich denke wir wurschteln uns da so durch du hast ja auch Spielerfahrung was generell die Elder Scrolls angeht so ist das oh cool was ist das ach wir sind schon oben ne Bergziegel da ist der dritte Tempel der dritte Stein ähm ja Emblem 3 der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit sie hatten keine Angst gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herbst jetzt wird es traurig da sind wir natürlich drin ähm ja aber das zeigt sich auch wieder das Wesen der Menschen das ne also die Drachen haben ja hierüber geherrscht aber die Menschen waren damit nicht zufrieden als Diener zu leben sie wollten gegebenenfalls frei sein oder halt im Grunde hatten die Drachen den Menschen doch überhaupt erst die Stimme geschenkt oder habe ich das jetzt missverstanden ja doch irgendwie so oder die Menschen haben sich diese Fähigkeiten angeeignet durch die Drachen ne ne also in der zweiten Tafel stand die Drachen haben den Menschen die Stimme geschenkt ja stimmt und ähm ich denke dass mit die Stimme in dem Moment gemeint ist dass der Mensch ja in der Evolution höher gestiegen ist als ich sag mal ein normales Tier und das könnte es doch gewesen sein denke ich und noch eine Steintafel und da sitzt wieder einer ja er da ist wieder ne nö ist jemand anderes seit ja ist der denn da ich wandle auf den Stufen ich meditiere über die Symbole ich unternehme diese Reise alle paar Jahre wer seid ihr? eine einfache Pilgerin ich würde es gerne dabei belassen wenns recht ist habt ihr die Graubärte Dovakin rufen ich befand mich gleich außerhalb von Ivastat als es geschah es ist wirklich aufregend so etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen bis zum nächsten Mal lesen Moment kurz ich muss eben Mali mal Mali komm jetzt so Emblem 4 Kine oder Kain wandte sich an Pathonax der Mitleid mit den Menschen hatte gemeinsam brachten sie den Menschen bei die Stimme einzusetzen daraufhin wütete der Drachenkrieg Drache gegen Zunge ja das bestätigt leider meine Vermutung dass die Drachen den Menschen Macht gaben und die Menschen diese Macht gegen die Drachen GFH was auch immer braucht haben und das ist mal wieder wie Daniel das schon richtig sagt das typische Wesen unserer ja Rasse quasi leider 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 ist dem so ja aber es gibt natürlich trotzdem auch oh was ist das oh cool ich werde jetzt mal eben schnell speichern und dann bin ich mal ganz schlau und hole meinen Bogen raus damit ich dir mein bisschen zuvor bin ja aber ob wir diesen komischen Eisriesen da oben besiegen werden das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge hier ist wieder der Endscreen und wir sind durch mit dieser Folge wir haben auch mal wieder etwas länger gemacht ich denke damit habt ihr keine Probleme wir eigentlich auch soweit nicht es ist schön wenn wir einfach mal ein bisschen länger spielen und es schadet letzten Endes auch nicht so okay dann an dieser Stelle danke fürs einschalten und bis zur nächsten Folge ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal